Hallo, ich bin Antje Mann, ich bin Vermessungsingenieur im Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Vaupermann-Greifswald und wir drehen heute einen Film mit der Hochschule Neubrandenburg zusammen. Die hat das nämlich initiiert. Wir drehen einen Imagefilm über das Berufsbild des Vermessers. Ja, und der Landkreis, der sucht jedes Jahr Vermessungstechniker und wir sind auch immer froh, wenn sich die Techniker zu Ingenieuren weiterbilden. Ja, falls euch dieses Berufsbild interessiert, meldet euch einfach. Ja, ich bin Antje Mann, ich bin Antje Mann, ich bin Antje Mann.